Du hast mich herausgefordert, den Gravekeeper-Spieler. Du hast bestimmt schon deine Zeit extra nach mir angepasst, weil jeder weiß, ich spiele Gravekeeper und dafür, dass du so dünne Arme hast, traust du dir echt eine Menge zu, Mann. Let's fight! Oida, was geht ab, Leute? Team Babbelt hier. Heute mit einer neuen Folge der Fan-Challenge. Diesmal hat uns der Hakan herausgefordert und GB Kollegah probiert mal, wie ihr bereits in den GB Kollegah sucht ein neues Deck-Folgen gesehen habt. Spielt er heute mal sein UA-Deck. Mal schauen, was das kann. Deckliste wurde auf unserer Facebook-Seite gepostet. Könnt ihr mal vorbeischauen, wenn ihr Interesse an dem Deck habt. Ansonsten wir immer danke an Yu-Gi-O-Card-Market. Gewinner der Fan-Challenge erhält 5 Euro Gutschein auf Market. Also wenn ihr Bock habt, fordert uns heraus. Infos am Ende des Videos und unten in der Beschreibung. Ansonsten viel Spaß beim Duel. 1 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.